Zur ersten Schlagernacht in Osterod am Harz begrüßen Sie nun Ihren und unseren Gastgeber, die Legende, der Kultmoderator, der Bingo-Bär, meine Damen und Herren, für Sie, Michael Törnau! Hey! Ey, ist das geil hier! Hallo! Hallo! Endlich, nach zwei Jahren mit diesem Scheiß-Corona können wir wieder endlich zusammen feiern heute. Und darum begrüße ich euch hier in der heimlichen Hauptstadt von Niedersachsen von Osterode. Halleluja! Den ersten Applaus gibt es mal für den Mann, der hier schon drei Stunden als Ditch-Jockey gearbeitet hat und das auch in den Pausen tun wird. Michael Gurt! Michi, deinen Applaus! Ich komme viel rum in Deutschland und ich bin immer wieder gerne im Harz hier bei euch. Hat einen ganz bestimmten Grund. Ich selbst komme ja gebürtig aus Hannover. Hannover ist die Landeshauptstadt und in Hannover trägt man sein Näschen so ein klein bisschen höher, weil man ist ja Landeshauptstadt. Die Menschen hier im Harz, die sind einfach ein kleines Stückchen ehrlicher, die reden so wie in der Schnabel gewachsen ist. Ich komme heute Mittag hier angefahren, bin ich in Hannover aus dem Auto steige, mich erkennt jemand, dann sagen die Menschen, guten Tag Herr Törnau oder hallo Michael. Die erste Begrüßung hier war, hallo Dicker! Fand ich sehr, 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 sehr angenehm. Und außerdem, was an diesem Abend toll ist, habt ihr das geglaubt, dass heute Abend die Sonne scheint? Und was ist da? Was ist da? Der Mond? Du musst doch mal zur Schule dort. Das ist die Sonne da oben und die wird auch noch ein Stündchen da bleiben. Wir haben gerade mit dem Deutschen Wetterdienst telefoniert und die sagen, die Regenwahrscheinlichkeit für heute Abend ist bei einem Prozent. Und wisst ihr, was noch geil ist? Bis hier oben auf die Bühne, bis hier oben auf die Bühne rieche ich frisch gebratene Bratwurst von dem Schalter. Ich könnte wahnsinnig werben, ja. Also im Namen von Mewes Entertainment, im Namen der Harz Energie und der Sparkasse hier aus Osterwohle, begrüße ich euch zu diesem ersten Schlager Open Air. Das machen wir Ihnen ab jetzt in jedem Jahr und von Jahr zu Jahr wird es voller werden. Das darf ich euch schon mal versprechen. Heute Abend sind wir zweieinhalbtausend Schlagerverrückte. Die Künstler, die im Laufe dieses Abends auf die Bühne kommen, sind allesamt Stars ihrer Zunft und verdienen einen Riesenapplaus. Und darum wollen wir das jetzt ein klein bisschen üben. Ihr wart schon gut, aber noch nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir machen das jetzt mal getrennt. Bitte zuerst mal nur diese Seite applaudieren. Wenn ihr auf die Bühne guckt, nur die linke Seite. Applaus von links! Schluss! Applaus von rechts! Applaus von allen Frauen! Das waren die Klatschstanten von Osterwohle, ja, ja, wunderbar. Jetzt alle Männer! Applaus von rechts! Applaus von rechts! Alle verheirateten! Applaus von rechts! Alle Singles! Applaus von rechts! Alle verheirateten, die keine Singles wären! Applaus von rechts! Gut, dann wollen wir mal starten mit diesem Abend. Es wird drei Stunden lang ziemlich genau gehen. Ihr dürft während der Show natürlich mit Schwung die Bierstände hier besuchen. Es gibt hier frisch gekühltes... Achhi! Was Vielen Dank.